Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Joachim Friedrichstraße Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oberhof Kuhlandstraße Oberhof Kuhlandstraße Oberhof Kuhlandstraße Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin wirklich rausgekern, ich hab ein bisschen geordnet und wollte gerade so schlafen gehen, so 12 Uhr. 12 Uhr, ja genau, fast 12 Uhr. Ich musste gerade schlafen, ich mach die Lichter aus und ich guck so erstmal, es kommt rein, es kommt 12 Uhr. Und dann war ich guck so, er hat einen riesengroßen Bremschtraum, aber alles nur rote Hosen. Schlafen, die waren sehr schön und dann hat er noch den BWG, das war sehr schön. Und dann habe ich gesehen. Und dann habe ich gesehen.